Ja, hat auf jeden Fall eine tostige Note, was würziges von Eichenholzfässer. Vom Duft her ist sie schon ein warmer Charakter, dunkelbeerige Aromen. Die Kirsche ist ein Rotweincharakter. Die Säure ist recht hoch, würde ich hier auf einen Spätburgunder tippen. Dieses eher warme, dunkel, fruchtige, auch hier Holz spielt eine Rolle. Asche und Rauch, Rotweincharakter, fast süß. Ein bisschen so karge Gerbstoffe. Das ist, ich muss gerade mal kurz probieren. Es sind verschiedene Rebsorten, eine deutsche Rotwein-Cuvée in dem Fall. Das ist leicht vegetale Reuter, Gemüse, so Paprika. Echte Überraschung. Ein eher zurückhaltender Typ. Ein Rotwein ist ein Weißwein, das merkt man dann recht schnell, wenn man ihn mal am Gaumen hat. So leid es mir tut, es könnte tatsächlich ein Weißburgunder sein, aber ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Sehr interessanter Duft. Hier wäre ich mir jetzt wirklich unsicher. Böswillig könnte man auch sagen, das ist ein oxidierter Charakter, gereifter, als es sein sollte. So ein Portwein, Tabaks, dunkle Schokolade. Interessant, dazu ist auch süß. Das ist wirklich ein interessanter Wein. Weißwein am Gaumen. Die Süße ist ziemlich prägnant, ein bisschen säure, vielleicht ist es ein restsüßer Riesling. Ich bin mir aber, wie gesagt, nicht sicher, ob das bei dem Wein so sein soll, wie der im Moment. Das ist natürlich wieder was ganz anderes. Jugendlich ein bisschen Holz, aber wirklich ganz dezent, angenehmen, vegetalen Aromen. Cuvée, dunkle Früchte mit dabei, da ist auch Kirsche, ein bisschen eingekochen, dann Wald und dann Mooseinne. Schöne Frische, schönes Extrakt am Gaumen, gute Säure. Tannine sind auch präsent. Hier werde ich mal tatsächlich sagen, dass es sich um die Cuvée M4 handelt. Dum 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 Dum